Können Sie in einem Satz oder weniger sagen, was... Naja, Sie wissen, was ich meine. Können Sie sagen, wieso Amerika das großartigste Land der Welt ist? Wegen der Vielfalt und Möglichkeiten. Louis? Äh, Freiheit und Freiheit. Und dabei sollten wir es belassen. Well? Die New York Jets. Nein, ich bestehe auf eine ernsthafte Antwort, Will. So, was macht Amerika zum großartigsten Land der Welt? Naja, wie Louis und Sharon schon sagten, Vielfalt und Möglichkeiten und Freiheit und Freiheit. Ich lasse Sie nicht zum Flughafen zurück, ohne die Frage beantwortet zu haben. Nun, unsere Verfassung ist ein Meisterwerk. James Madison war ein Genie. Die Unabhängigkeitserklärung ist das Beste, das je in Amerika zu Papier gebracht wurde. Das stellt Sie noch nicht zufrieden. Das eine ist eine Gesetzessammlung, das andere eine Kriegserklärung. Ich will eine persönliche Stellungnahme. Was ist mit den Menschen? Warum ist Amerika... Es ist nicht das großartigste Land der Welt, das ist meine Antwort. Sie sagen... Ja. Sprechen wir über... Okay, Sharon, die Kulturförderung ist ein Reinfall. Ja, sie kostet vielleicht nur einen Penny jeden Monat, aber er kann sie jederzeit damit angreifen. Sie kostet kein Geld, sie kostet Stimmen, sie kostet Sendezeit und Zeitungsspalten. Wissen Sie, wieso keiner die Liberalen mag? Weil sie verlieren. Wenn die Liberalen so verdammt schlau sind, warum verlieren sie dann jedes Mal? Und wir erklären, ohne eine Miene zu verziehen, den Studenten, dass Amerika so großartig ist, weil wir die einzigen in der Welt sind, bei denen Freiheit herrscht. In Kanada herrscht Freiheit, in Japan herrscht Freiheit. In England, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Australien, in Belgien herrscht Freiheit. Also, von 207 souveränen Staaten auf der Welt herrscht in 180 Freiheit. In Ordnung. Und Sie, das Cheerleader-Mädchen, falls Sie eines Tages aus Versehen in ein Wahllokal spazieren, wären da ein paar Dinge, die Sie wissen sollten. Zum Beispiel gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, die Aussage, wir seien das großartigste Land der Welt zu bejahen. Wir sind Siebter in Lesen und Schreiben, 22. in Naturwissenschaften, 49. in Lebenserwartung. 178. in Kindersterblichkeit, Dritter beim Durchschnittshaushaltseinkommen, Nummer 4 in Sachen Export. In nur drei Kategorien sind wir die Nummer 1 der Welt. Anzahl der Inhaftierten pro Kopf, Anzahl der Erwachsenen, die an Engel glauben und in Rüstungsausgaben. Wir geben mehr aus als die nächsten 26 Länder. 25 davon sind Halliierte. Das ist natürlich nicht die Schuld einer 20-jährigen Studentin. Aber nichtsdestotrotz gehört ihr alle zweifellos der erbärmlichsten Generation überhaupt an. Wenn ihr fragt, was Amerika zum großartigsten Land der Welt macht, weiß ich verflucht nochmal nicht, wovon ihr redet. Vielleicht waren wir es mal. Wir standen für Gerechtigkeit. Wir kämpften aus moralischen Gründen. Wir haben Gesetze aus moralischen Gründen erlassen oder gekippt. Wir haben Armut bekämpft, nicht arme Menschen. Wir haben uns aufgeopfert. Wir haben Gutes getan, weil es uns wichtig war und nicht, um uns damit zu brüsten. Wir bauten tolle, fantastische Dinge, machten unerhörte technologische Fortschritte, erforschten das Universum und heilten Krankheiten. Wir förderten die großartigsten Künstler der Welt und schufen die größte Volkswirtschaft. Wir griffen nach den Sternen, handelten wie Menschen. Wir strebten nach Erkenntnis, wir taten sie nicht einfach ab und hatten nie das Gefühl, unterlegen zu sein. Wir definierten uns nicht darüber, wen wir zuletzt gewählt hatten und ließen uns nicht so schnell einschüchtern. Wir waren in der Lage, all das zu sein und zu tun, weil wir informiert waren. Durch tolle Menschen, Menschen, die wir achteten. Der erste Schritt, um ein Problem zu lösen, ist zu erkennen, dass es eins gibt. Amerika ist nicht mehr das großartigste Land der Welt. Reicht das? Reicht das? Reicht das?